Es ist wie eine kleine Familie. Grandios. Also es ist wirklich mein Job. Da stehe ich halt früh auch wirklich gerne für auf. Du hast die Möglichkeit, einen ganz, ganz anderen Menschen aus dieser Person zu machen. Was für ein geiler, neuer Style. Ich will, dass man sich hier wohl fühlt mit seiner kompletten Familie. Wir alle, Mitarbeiter, leben dieses Flair. Ich bin immer noch begeistert und gehe jeden Tag gerne auf Arbeit. Der Kunde kauft nicht das Produkt, er kauft den Verkäufer. Ja, wir sind sehr gut aufgestellt. Ich glaube, wir haben für jeden Geschmack was. Wir haben aus jeder Branche etwas im Haus. Der Wittenberger kann jetzt in seiner Stadt bleiben und shoppen. Und wir sind auch mit den Kunden genauso offen und freundschaftlich, wie als ob es unsere Freundinnen wären. Das ist auch, was viele nicht wissen, noch ein Handwerksberuf. Jeden Tag was anderes. Man weiß nie, wer kommt, was passiert. Wir sind auch mit den Namen. Neuen Tag war. Leute. Untertitelung des ZDF, 2020